Hallo zusammen, ich darf euch heute das Burger-Konzept vom neuen Migros-Restaurant Susi Park vorstellen. Was neu ist bei uns als Gesundheit, haben wir den Rolling Grill, wo man das Fleisch runterziehen kann, das immer perfekt auf einem Garpunkt gart ist, Medium, wo man mit reinem Ringfleisch zubereitet hat. Wir haben eine tägliche Auswahl von drei Brötchen, normale mit Sesam oder Maisbohnen. Man kann sich immer kreativ austoben. Wir haben jeden Tag acht neue Komponenten, die man sich mit dem Burger kombinieren kann, wie man will. Man kann es mit Pommes oder ohne Pommes haben. Mit verschiedenen Beilagen, die man gerne möchte. Und es wird immer à la minute zubereitet für jeden Hund.